Man kennt's, hallo und herzlich willkommen. Das kennt ihr hier nicht mehr, aber wir spielen endlich mal wieder Double Up. Ihr habt's euch gewünscht, es ist wieder da. Aber ich weiß noch nicht, wie gut es wird, muss ich dazu sagen. Natürlich mit Toni Tunsen, wir starten auf Level 3. Aber wir haben jetzt beide aus unterschiedlichen Gründen nicht so intensiv TFC gespielt in den letzten Tagen. Ja, sag ich ja, trifft schon ganz gut, ja. Wenn Toni im Titel stehen würde, wüsste man, dass sie auch streamt. Also wer weiß denn bitte nicht, dass Toni Tunsen streamt. Aber mach ich sehr gerne. Ah ne, es geht einfach nicht. Ne, es geht nicht. Twitch ist broke bei mir, geht nicht. Aber mein Wille ist da. Ich hab dabei Kindred. Oh, ich hab'n Danus 2. Der ist bestimmt immer noch geil, oder? Ich glaub, der ist so geil, der kann gar nicht geil sein. Der ist so geil. So, der wurde aber genervt. Also... Äh... Mal gucken, was ich spiele da. Doch geht's? Ja, Carina regiert das. Äh... Warte mal. Ich will doch jetzt Sachen kaufen. Also wenn du Fated siehst, denk an mich. Ich hab'ne Ari 2. Willst du die? Das ist ne Fated Unit. Äh... Nee. Ich glaub' ich wechsel hier nochmal. Okay. Ich glaub' Kindred ist es gar nicht mehr. Sondern ich geh' einfach Ghostly, probably. Geht Ghostly? Dass gar keine Ghostly kommt, ne? Ja. Eieiei. Ja. Das ist ja einfach ein anderes Aim mittlerweile. Wow. It's raining gold. Das nimmt man immer in Double Up, ne? Schon. It's raining gold. Halleluja. Oh, wir sind schon Level 4. Denk dran. Nicht, nicht leveln. Mhm. Äh... Gain a 2-Star Garen. Nee, oder? Garen ist das nicht mehr. Das Garen Hero Augment ist sehr gut, ja. Oh. Aber nee, ist... Ich hab's genommen. Ich nehm's. Ich hab's genommen. Johnny ist zu spät. Ich hab's genommen. Ja, das Problem ist, man kann halt hier nicht rerollen, weil wir ja schon Level 4 sind. Egal. 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 Aber dann machen wir das einfach irgendwie beide. Ähm... Dann mach ich... Äh... Ja, weiß ich noch nicht. Irgendwie... Yasuo... Ahri-Reroll vielleicht oder so? Nein, nein, nein. Musst du nicht. Ich hitte den schon. Ich hitte den schon. Okay. Aber es ist gut. Es sind so ne Liste um und ne Duck hat's als Beste kommen. Okay. Ah, dann ist das doch gelacht, der wird das irgendwie kriegen. Ähm... Ja, sie sind zwei Leute auf meinem Board, aber du hast das garantiert. Nee. Mhm. Das ist halt einfach... Das wird dominant. Das wird äh... Das wird äh... Attraktiv. Und mehr muss man gar nicht sagen. Nein, ihr könnt nicht in unsere History schauen, Chat. Nee, nee. Wir haben äh... Auf äh... Tournament-Server trainiert. Ja, stell dir vor. Äh... Ich practice grundsätzlich nur auf dem LCK-Server. Mit... 200er Ping. Damit's ne Challenge ist. Ja. Sonst ist Faker too easy. Ich hab mir eben noch so ein Baguette gemacht. Und jetzt bin ich so warm. Weil der Ofen an war. Ich hasse das. In so ner kleinen Wohnung. Das heizt einfach alles auf hier. Ja, ist Kastenall. Aber im Winter ist geil. Ja, im Winter schon, ne. Ist halt... Such und Sägen, ne? So, was äh... Spielst du denn eigentlich hier? Ach, Garen, ne? Garen, ja. Na, ich... Was kann ich dir denn anbieten? Ich hab zwei Zennas im Roll. Ich hab zwei Rivens. Äh... Ja, ich bin jetzt irgendwie... noch sehr unentschlossen. Ich spiel wahrscheinlich einfach Fated bis Punkt X. Mhm. Da bist du keine Ari 2? Nee, ich glaub nicht. Okay. Das ist einfach nicht... Ich glaub, es ändert nix bei mir. Du spielst also hier ohne Synergies heute? Äh, ja. So ist es. Auch mal ne Challenge, ne? Oh, hier hat einer ein Dryad Emblem. Ja, ich glaub, der geht auch Fated Dryad. Das ist so... Die Meta-Comp in dem letzten Patch gewesen, den ich gespielt hab. Und die würd ich eigentlich auch gern gehen. Aber bin ich auf jeden Fall contested dann. Und ich glaub, das ist nicht so gut. Ja, das ist krass. Ja, das ist krass. Stark, Carina. Danke. Oh. Okay. Ich darf mir eh nichts aussuchen, ne? Aber die Freude war trotzdem spürbar und greifbar und toll. Gibt's Amomo? Ja. Gibt's Amomo? Ja. Ah doch, da. Gibt's Ilaoi? Ilaoi habe ich auch für dich. Geil. Wenn du Ilaoi unbedingt haben willst. Ilaoi. Ich brauch mal ein Carry-Item. Ich brauch mal ein Carry-Item. Ich hab nur Tank-Items. Ja, aber ist doch gut. Tank-Items sind... Oh, ist viel besser. Ich hab ein Garen. Willst du den haben? Ja. Ich denke, den würde ich nehmen, ja. Sehr verzweifelt. Ich hatte das Gefühl, dass das keine wirkliche Begeisterung von deiner Seite war, aber... Ich schau mal darüber hinweg. Ich roll jetzt einfach vor den Crux runter, ne? Ich hab keine Ahnung, welches Level bist denn du so? Vier. Ich hab immer noch 55% Chance. Ja. Aber ich hab halt nur vier Garenz. Ja, honestly, ne. Ich mach einfach Slow-Roll auf fünf. Ich glaub, ist nicht so schlimm. Also, bleib einfach über 50 Gold und ab 3-1, wenn du über 50 Gold bist, rollst du das. Aber halt, weißt du. Oh, hier spielt wer Open Fort, oder was? Wir haben ja einfach 1000 Gegner. Hier hat einer Carry, äh, Yorick. Also, das Carry Yorick auch nicht. Hab ich ja auch genommen. Ist aber bodenlos, dass ich hier verliere. Strong eigentlich. Hm. Oh, yes, Baby! Woohoohoo! Yes! The Black Mons! Liebe, geht raus an dich! Durch dich bin ich in TFC Gold und hab das Gefühl, dass ich es noch weiter schaffe. Sehr geil! Glückwunsch! Immer dranbleiben! Johnny, ich bin, ich bin sehr traurig. Oh nein, warum? Ich hab dir ja gestern erzählt, dass meine Ineas kaputt gegangen sind, ne? Ja. Und die haben schon immer mal so ein bisschen Faxen gemacht. Ja. Und jetzt hab ich's heute noch mal ausprobiert und sie sind immer noch kaputt. Also, ich hab immer noch nur auf dem rechten Ohr Sound. Ich hab gesagt, okay, komm, dann bestell ich halt neue, die sind eh schon alt. Und jetzt werden die einfach nicht mehr hergestellt. Oh no. Die Firma stellt einfach keine kabelgebundenen Kopfhörer mehr her. Das heißt, ich muss jetzt auch noch die Firma wechseln. Nein! Und ich bin, ich bin bei Kopfhörern so richtig empfindlich. Jei, 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 jei. Und jetzt bin ich echt abgefuckt. Ich hab gar keinen Bock da drauf. Ja, ich verstehe das Problem. Das tut mir sehr leid. Ja, mir auch. Spot of Doom, danke dir. Hast du In-Ears mal benutzt? Oder hast du welche? Ich weiß gar nicht. Du hast Kopfhörer, ne? Ich benutze Kopfhörer am PC. Ich benutze In-Ears halt Bahnfahrt und so. Hast du da Gute? Nee. Aber ich bin auch, also ich hatte Gute, aber ich bin ein dummer Mensch und verliere die zu oft. Oh nein. Und dann hab ich's nicht verdient, weißt du. Ja, weiß ich. Deswegen kau ich mir jetzt immer billige. Okay, ich brauch Items, right? Was ist das denn? Hier. Äh, brauchst du die Kindheit noch? Äh, ja. Boah. Ich schick. Oder nicht? Ich roll erst mal. Ja, scheiß drauf. Also, da brauch ich eigentlich nix. Ja, ja, ja. Kann gleich schon auf Synthra Carry wechseln, aber... Brauchst keine Lilia, oder? Naja. Hab ich jetzt die Kitte verkauft? Oder ne? Ich hab die reingestellt, ne? Ja. Brauchst du ein Ash? Oh, was geht denn ab bei dir? Ich hab hier gerade alles. Wenn man mitnehmen könnte, ne? Brauch ich nen Bow? Diabredischer. Bin ich so lost, dass ich den jetzt übern Org mitnehme? Also, ich nehm's auch. Glaub ich. Glaub ich mach das. Oh, ich hab die Kinte doch verkauft. Ich fucking idiots. Ist schlimm. Ja. Dann schauen wir mal, ne? Aber dafür hab ich ne Synthra. Toh, what? Du bist da noch Level 5. Ja, aber... Ja. Und Items fühlst du heute nicht so? Ich hab nur... Also... Ne. Ja, gut. Oh, jetzt hab ich dich unter Druck gesetzt, ne? Ah, jetzt hast du aber deinen Karygaren Thieves' Gloves gegeben. Ja, aber ich hab auch keine Icons für den. Also, es ist ja egal. Was braucht der denn? Der braucht... Blutdürster, Sterax und... Titans. Ja, das kriegen wir noch. Du kannst ja... Halt einfach den Reforger und dann kannst du... Ja, Thieves' Gloves im Worst Case Reforgen. Weißt du? Ja. Wenn du alle Items hast. Was ja easy passieren wird. Oh. Choice of Artifacts. Krass. Das sind ganz andere Items, als die ich kenne. Das ist korrekt. Es gibt ganz viele neue. Ich muss eigentlich, glaub ich, schon wegsehen, aber... Fuck, ey. Kein... Ich hab keinen... Egal, das geb ich dann Ding ins Signal, wenn er reinkommt oder so. Aber wo läuft meine Kindred rum? Ist quasi einmal komplett übers ganze Board gelaufen. Oh, es war actually Smurf, also all good. Hallo. Moin. Ja, aber dafür, dass du basically... Wenig... On paper hast, läuft's doch ziemlich gut, ne? Ah! Meckern auf hohem Niveau, also. Na gut. Muss ja jeder selber wissen, wie miese Petrik man sein will, ne? Guck mal, da kriegst du auch dein erstes BF. Ja. Stark. Was hab ich denn mit der Rüstung? Mach dich keine Rüstung? Schau mal nicht, ne? Ich hab dich keine. Dieses Dorn-Ding ist auf... Na, übrigens gut. Also da... Nice. Äh, du kannst haben einen 4-Kost-Champion und 4-Gold, ein Training-Dummy, typische Handschuhe oder 3-2-Kost-Champions. Ich würd gern die... Diebischen Handschuhe nehmen. Ich dachte, cool. So, ja, okay. So lange gebraucht. Dauert so lange. Ist mir egal, was du willst. Du kriegst den Stealth. Ja, ich hab den Gary noch schon gehittet, also ich bin echt gut dabei. Ja. Ach, du hast den Gary gehittet? Ah, krass. Äh, genau. So ist es. Ja, und die Items sind ja auch fast ready dann. Ist doch... Cool Smurf. Ja. Ich hab mir hier ein bisschen was gebrochen beim Komp wechseln, aber ansonsten läuft's auch super. So schön. Guck mal, ich spiel die Kopp, die er spielen will. Aber noch nicht darf. Gary macht echt Work. Holy shit. Schiene. Ja. So. Trainings Dummy. Component Anvil. Four-Cost-Champion und vier Gold. Oder drei Two-Cost-Champions. Ja, ich probier's mit nem Component Anvil. Noch ein BF? Nee. Na gut. Take it. Man darf ja nicht gierig werden, ne? So ist es. Ja, sag ich dir noch weiter, Kid Ritz? Ja. Nö. Nö, nö, nö. Ich spiel ja gar nicht. Achso. Ich glaub ich spiel ja irgendwie Legendary Flex oder so. Okay. Nicht, dass ich das könnte, aber in. Okay. Was kann ich dir denn schicken eigentlich? Ähm. Nautilus? Nautilus? Nautilus, ja. Ja, Nautilus hab ich ja auch auf meinem Board. Den kann ich dir auch schicken. Ja, gerne. Aber halt erst in 4-1 dann. Nö, nö, nö. Ich bin sehr vermögend. Mach mich übel Platz hier, der Yorick. Naja, der hat ne ganz schlimme Item-Combo. Okay. Die Item-Combo wäre wahrscheinlich in Arena auch krass. Ja. Müssen wir vielleicht auch mal gucken, ob wir das nicht spielen können. So, dann schick ich dir gleich den Nautilus. Müssen wir gucken, was ich dann spiele, aber. Einfach die. Die behalten wir, weil wir jetzt später Dragonlord spielen, Leute. Was ist denn das für Items, Alter? Was ist denn das für Items, Alter? Danke. Okay. Oh, was ist denn das jetzt hier? Ja. Äh. Äh. Hätte ich nicht bekommen. Okay, also ich könnte meinen Windstrick halten. Ich glaube, ich bin actually sehr, sehr strong. Aber ich würde halt jetzt versuchen zu greeden. Ja. Doch. Machen wir eben genug HP. Ja. Ich glaube, ich bin stable, aber ich würde jetzt nicht noch weiter rollen. Und das müsste jetzt reichen. Ist ja awkward. Jetzt habe ich ein Triad-Emblem. Und könnte doch den seine Conval verspielen. Aber ne, komm. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich muss mir nochmal ein Move Bar geben. Oh, mein Brain. Ja, ich spiel jetzt irgendwie... Oh, ach du Scheiße. Was ist der denn? Ich bin ja losing. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade bin. Ne, den haben wir eben geklebt. Oh. Das ist krass. Ja, ich verliere auch, leider. Das ist okay. Okay, wir können ja Fated hinten ausspielen irgendwie, Leute. Aber halt oldschool Fated. Hm. Garen ist gerade ein bisschen langsam auf dem Bein. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass er keine Items hat. Hier ist eine Möglichkeit. Würde ich mich aber nicht festlegen wollen. Brauchst du ein Orn? Ja. Wäre ja auch gleich noch ein Nautilus 2 für dich, wenn das so weitergeht. Ja. Ja. Ist das einfach Fated Ash, Leute? Boah, Fated Ash ist schon geil. Wird einfach nur Red Buffs auf seine Idee, ja? Ja, ist gut. Echt? Na ja. Ist das Red Buff? Nee. Aber du brauchst ja auch noch Rage Blade. Meistens hast du nicht genug Red Buffs quasi dann. Äh, nicht genug Attack Speeds. Und dann sagst du, na gut, okay. Wenigstens das. Na gut. Du kannst die Nachricht bekommen, du hast zu viele Eier. Wie schön. Was? Ja, tief. Äh, Pokémon-Spieler. Das sind so Pokémon-Spieler-Sorgen, die versteht man nicht, wenn man es nicht fühlt. Wenn man es nicht lebt. Als ob er den dann doch nimmt. Ein Lümmel. Wann darfst du mir nochmal so was schenken? Ein Geschenk geben? Ich hab dir ein 4-1-1 geschenkt. Und... Nee, ich mein so'n, so'n, so'n Remover zum Beispiel. Ah. Ja, aber du hast doch Reforger. Ja, aber ich möchte eigentlich das behalten. Ja, scheiß auf. Weil ich habe eine Handschuhe-Augment. Sicher? Ja. Das tut weh. Ja, es muss manchmal weh tun. Und dann ist die Frage, ob... Du vielleicht das Nah-Item auch noch Reforged. Ja. Oder du gibst das den Garen. Oh ja. Weil es geht mit AP irgendwie, ne? Nee. Es geht mit AD. Ich mein, der Auto attackt eh nur... Der hat 0,6 Attack-Speed anyway. Und dann hat er 0,8. Das ist ja sogar ein Buff. Ich glaub, das ist crazy. Ja, ich glaub, du bist da am Kochen. Ja, ja. Ja, ja. Ich seh's nicht, ob ich so seh, koch' ich heute gar nichts mehr, du. Auch mal Essen bestellen, ist in Ordnung. Ja, seitdem ich meine Comp getroffen habe in An- und Abführung, verliere ich auch nur noch. Ja. Das sieht sich immer gut an. Ja, ich denk, ich werd hier irgendeine Fated Comp spielen. Muss ja. Denen geht's ja gar nicht gut, den Jungs hier. Ja. Ja, da wollt meine Comp spielen, ne? Mhm. Das ist ja super gelaufen. Ich würde kurz wieder Kindreds nehmen irgendwie. Oh, okay. Die will unbedingt hier dabei sein. Mhm. Kein, äh, Orn und keine Ash. Ja. Ach, vorbei. Ach, das wird schon alles irgendwie werden. Mhm. 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 Fühl ich. Ich bräuchte mal ne Morgana. So langsam. Ansonsten geb ich die Items einfach der Lux, aber das ist glaub ich nicht gut. Okay. Ja, ich kann den bald wieder schicken. Hast du eine Morgana? Nö. Ach, ich bin gleich Level 9, also denke ich werde ich die schon irgendwo finden. Moin, endlich spielst du wieder zusammen mit der bezauberndsten Frau Toonie. Das ist ja cute. Süß. Was? Er hat das gestritten? Kalugar. Oh, das kenne ich nicht. Hast du auf Pookie gehofft? Ne, es gibt so, es gibt so einen Dude, der mich übel anhimmelt und ich weiß nicht wieso, aber der schreibt immer so süße Sachen. Okay. Ja, du darfst aussuchen zwischen einem Artifact-Item, Random, Five Cost Champion und sieben Gold, libysche Handschuhe oder Remover. Artifacts. Oh. Loll. Und zehn. Jonny, hast du dieses Jahr schon Wassermelone gegessen? Nee. Aber die Zeit fängst du langsam an, wir haben heute dir die erste gekauft. Ich würd gern. Aber ich fahr zum Einkaufen, weißt du, und dann ist man auch selber schuld. Ich schuld auch. Das verstehe ich sehr gut. Aber gerne wolltest du, ne? Ja, ganz dringend. Ich garantiert zehn gerollt. Also, ich hoffe nicht. Ich denke nicht, das wollte ich sagen. Ne, ne, viele kaufen sie gerade, also. Es gibt ja mal nicht mehr so viele. Also, wie gesagt, Garen ist echt ein bisschen underwhelming. Also, ist ein bisschen wie so eine Lepalette hier, weil der haut wirklich einfach sehr, sehr langsam zu. Naja. Aber hast du ihm das Item jetzt gegeben? Ja. Ja. Ist doch Maschine. Aber er schläft so ein bisschen ein, der, äh. Ich weiß auf jeden Fall, warum man ihm normalerweise Attack Speed gibt. Aber, also. Ist schon ne Maschine. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ne sehr langsame Maschine. Aber ist ne Maschine. Ich hätte gegeben. 5 Cost Champion und 7 Gold. Zwei Components, ein Champion Duplicator oder ein Reforger und 5 Gold. Ich nehme einen Legendary Champion. Dankeschön. Ich muss grad noch kurz gucken, wie ich bauche. Ja, perfekt. Den nehme ich doch. Was ist denn? Ah. Hm. Oh, danke. Gerne. Geil. Jetzt bin ich richtig gut aufgestellt, glaube ich. Das klingt sehr, sehr gut. Ja, mir fehlt nur noch der Set, dann geht's auch bei mir steil. Ja, die brennen die Leute. Geil. Die Morgana geändert, die macht ja richtig viel Schaden auf einmal. Was ist denn da los? Ist das etwa ein Champion? Holy shit, I can't believe it. Oh, okay. Top 2, Toni. Top 2. Ist das awkward, eh? Aber ich hätte das Porzellan Emblem nehmen sollen. Oh, really? Sorry. Ach so, hast du es bekommen? Ja, ja, ich habe es genommen. Oh ja, dann ist gut. Ist gut. Ich wollte es nur wegnehmen. Ach so. Ne, ja, ja. Was? Bin ich ganz gut auf dem Schirm. Ähm. Okay, du brauchst immer noch Kindred oder wie? Ne, Kindred bin ich durch. Ehrlicherweise verstehe ich nicht, wie man hier die Comp finisht. Also irgendwas. Ich glaube, man droppt eigentlich Uliya, aber es fühlt sich doof an. Also eigentlich brauch ich nur Set. Honesty. Aber den brauchst du ja auch selber. Ja, aber ich find bestimmt noch einen. Das ist der Optimismus, den wir brauchen. Also, ansonsten eine Ash. Maybe? Die würde wahrscheinlich ein bisschen was machen. Also keine Kindred mehr? Ne, Kindred ist 3. Also, die ist fertig. Guck mal, was ich erst nicht mitkriegen will. Ich will ein paar anderes game. Ja, mein Garen macht einfach den Yorick platt. Komm schon! Ach, Garen, mach doch mal Damage! Garen! Oh, okay, nevermind. Was war das denn? Mein Udyr Tooster mit zwei Items wird von einem Kognaar Tooster gemacht. Da ist der Mann. Ja, ich roll hier runter. Ich geh nicht auf 9. Aber warte, wir sind eine Runde vor Creepround. Na gut, dann warte ich noch. Aber nicht mehr lang, sag ich dir. Ja. Ich hab gleich eine Ashe 2. Ich hab auch eine Ashe 2. Ja, das ist ein Engel, sag ich dir. Vielleicht, ja. Das ist ein Engel. Ich werd auch mal umstellen, vielleicht, ja. Okay, der hat Z2. Nein. Garna, Ulte. Besser. Müss besser ulten. Wieso schlecht ulten. Nein, du gewinnst? Easy. Ich habe einen Nautilus 2 für dich. Ja, würde ich nehmen? Ja, der will noch nicht. Ich habe ein Set für dich. Oh, das ist huge. Soll ich schicken? Ja. Soll ich schon mal trainieren hier, der Lümmel. Ja, ich gebe den Randomized Items. Fuck. Alter, ich habe fünf Legendaries in meinem Roll. Und keine, die ich brauche. Brauchst du irgendeine? Nee. Mehr als Nautilus? Ah ja. Garen, du musst ein... Oh, danke, Alter. Ein bisschen schneller attacken, aber dann will ich es trotzdem noch. Boah, aber du kommst noch in time. Ja, aber ich habe nicht viel. Loll. Gekommen. Sofort umgeflankt worden. Wie sieht das aus mit der... Ah, Ash 2 kannst du mir nicht schicken, ne? Äh, nee, nee, ich habe schon verkauft. Okay, ich habe sechs Ashs. Vielleicht ziehe ich einfach durch. Ja. Wann kann ich dir denn schicken, wegen Nautilus? Die ganze Zeit Nautilus 2 hier ready. Oh, ich stehe wieder so gut, Mann. Oh, ich stehe wieder so gut, Mann. Aber wenn der Eimer richtig raufstellt, bin ich, glaube ich, turbofuckt, aber bis dahin ist der turbofree. Okay, okay. Let's go, Mann. Die habe einen... Ah, fuck. Die liebt man, die habe einen gespeatet, Mann. Ey. So ein Kack. Ich kenne den, wie das macht, ich leider echt nicht schicken. Laufig. na wobei? Could be free. Can we jump nach vorne, kick das Item von Ornn? Ich weiß nicht, ob das besser ist, ehrlich gesagt. Let's try, vielleicht kommen wir schneller in die Alune. Ach, geh doch zur Alune Garen. Ja! Ach sie, platt! Nice. Let's go! Der Jorg ist leider noch über, aber... Maschine. Ein Kampf der Titanen hier. Ja. Aber... Wir haben noch zwei Fights. Ist leider nichts, was ich brauche an Ducky. Ich würd einfach die Träner nehmen hier. Kann ihr Nautilus 2 schicken? Ist das noch ein Thema? Ja. Ja, ja. Okay. Ich roll auch mal runter, nochmal. Ich würd überhaupt einen Stellen so anstatt rollen. Aber der steht immer noch gleich dumm. Fuck, ich hab mich schlecht aufgestellt. Das ist so wichtig, ne? Ich hab's! Nice! Da ist Silas! Ja, immerhin bin ich tanky, also ich mach echt wenig, dass es wirklich die langweiligste kommt, die ich jemals gespielt habe. Dieser Garen schläft ein beim Kampf. Aber ich bin immer in tanky genug. Ey, du bist tanky! Also ich mein, im Endeffekt steht da ein One-Cost-Carry, der die Leute powernt, ne? Das ist wohl wahr, aber holy shit, ey. Ich war ein Typ. Ich hab auch einfach, basically hat Kindred mehr Damage gemacht, als mein Uli 2. Also wir wollen schon von echt weirden Champs gekarriert hier. Aber, so muss es sein, Leute. Geil! Double Up is back! Schaut bei Tuni vorbei! Wir machen unter anderem auch am Samstag und Sonntag hoffentlich, wenn wir weiterkommen. In League of Legends Arena-Turnier. Also, ne? Einschalten!